Ahoi, liebe Klemmerstein-Fans, hier ist euer Käpt'n Baubär und es ist der erste Dienstag im neuen Monat. In diesem Fall ist es der wunderschöne Dezember 2022. Warum ist der Dezember 2022 so wunderschön? Weil sich das ja dem Ende neigt und 2022 kann sich meiner Meinung nach mal gepflegt verpissen. So wie Putin aus der Ukraine zum Beispiel. Politischer wird es nicht, keine Mange. So, wie immer ist es eine neue Ausgabe der Technik-News. Alternativer Klemmerstein-Hersteller plus Lego heute, denn Lego hat ein bisschen was Neues angekündigt. Und auch dazu werde ich meinen Senf geben. Es gibt wie immer vier goldene Regeln. Ja, ganz wichtig. Die erste goldene Regel ist, ihr entdeckt hier die Sets mit mir gemeinsam. Das bedeutet, ich habe von den Sets genauso viel Ahnung wie ihr. Ähm, wenn ihr sie mit mir zusammen das erste Mal euch anguckt. Nämlich wenig. Dann erkunden wir die so ein bisschen und dann gebe ich meinen Senf dazu, was ich davon halte. Das ist jetzt hier kein profunder Test. Das ist auch nicht großartig vorbereitet. Das Einzige, was ich tatsächlich für diese Videoreihe, die ja mittlerweile eine gewisse Tradition auf dem Kanal Käpt'n Baubär hat, Tue ist natürlich eine intensive Recherche. Und dafür verwende ich zwei Quellen, ein paar Facebook-Gruppen und Brick4.com. So, das haben wir dann auch schon mal hinter uns. Die zweite goldene Regel. Kein Kriegsspielzeug und keine Sets, die mich nicht mal im Ansatz interessieren. So simpel ist das. Ich kann mit Krieg nichts anfangen, beziehungsweise mit Kriegsspielzeug nichts anfangen. Deswegen stelle ich es nicht vor. Und das 35. Hypercar, keine Ahnung, à la Bugatti Chiron, brauche ich euch ja auch nicht nochmal vorstellen. Deswegen werden solche Modelle nur dann reingenommen, wenn sie irgendwas Besonderes haben. Oder mich irgendwie besonders triggern. Die dritte goldene Regel. Ich habe keine Ahnung, was die Modelle kosten. Ich habe keine Ahnung, wann und wo ihr sie bestellen könnt. Denn es gibt keine Kataloge. Bis auf Kader hat keiner der Hersteller alternativer Klemmbausteine irgendeine Art von Katalogen. Man weiß ungefähr, wann was kommt, indem man guckt, wann was kommt. Brick4.com ist dann eine gute Anlaufquelle. Prinzipiell ist es so, ihr könnt diese Sets relativ zeitnah zu diesem Video meistens schon in China bestellen und dann halt auf eigene Faust importieren. Da gibt es ja diverse Shops für. Ihr könnt aber auch warten, bis sie bei einem deutschen Händler erscheinen. Und dann habt ihr halt einen direkten Ansprechpartner. Es kommt in einer schönen Verpackung. Ihr unterstützt jemanden, der hier in Deutschland Steuern zahlt. Ihr kennt das Ganze drüber. Worum habe ich mich schon oft so geäußert. Die vierte goldene Regel ist, die Recherchearbeit für diese Videos ist durchaus nicht ganz unaufwendig. Und bedeutet natürlich auch so ein bisschen, dass ich mich freue, wenn euch dieses Video gefällt. Wenn ihr dann meinen Kanal abonniert oder einen Daumen nach oben da lasst. Oder euch in den Kommentaren darüber austauscht, welche Sets euch fehlen, wie ihr die vorgestellten Sets findet und so weiter. Ich bin da auch oft unterwegs, gebe da auch ganz gerne noch meinen Senf zu ab. Deswegen lohnt sich das durchaus. Bevor wir jetzt zu den neuen Sets kommen, ein kleiner Service Reminder von mir. Ich bin Besitzer der Baubeer-Boutique. Das ist ein kleiner, feiner Klemmbaustein-Online-Shop, wo nur von mir handverlesene Sets verkauft werden. Damit ihr eine gewisse Gewissheit habt, dass ihr ordentliche Qualität bekommt. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade neu reinbekommen von Riobrixx, die 22015. Der wunderschöne Traktor, der an einen Jean-Dier 6130R erinnert, aber natürlich nicht so heißen darf, weil keine Lizenz vorhanden ist. Ist ein Mock von Meckes. Ist lizenziert worden von Riobrixx. Ist ein sehr schöner Traktor. Das einzige, was ein bisschen disproportional ausfällt, sind die Vorderreifen. Da muss man sich vielleicht noch ein bisschen mit einem eigenen Fundus behelfen. Ansonsten angetriebene Zapfwelle, schönes Modell 139,99, inklusive Versand. Und unten in der Infobox gibt es noch einen 5% Gutscheincode. Damit spart ihr noch mal ein bisschen was bei diesem Modell. Dann lohnt es sich eigentlich schon fast gar nicht mehr, das aus China zu bestellen. Aber egal. Kommen wir zu Lego. Ja. Man mag es kaum glauben. Fangen wir an mit den 10 Euro-Sets. Hier haben wir ihn. Ihr könnt sehen, ich habe aktuell 2.692 VIP-Punkte. Das heißt, ich bestelle durchaus ab und zu mal was bei Lego. Ja, egal. Darum geht es aber gar nicht. Es geht ja um dieses wunderschöne Modell. Das ist einer der besagten 10-Euro-Modelle. Meiner Meinung nach die besten Technikmodelle, die ihr aktuell kaufen könnt. Das ist ein Kipplaster. Er kann kippen. Und er hat 177 Teile. Das ist die 42147. Er hat natürlich Aufkleber hier vorne. Das ist natürlich alles sehr rudimentär umgesetzt. Ihr seht ja natürlich auch hier der Kippmechanismus, dass es nichts weltbewegendes. Dann kann man das Ganze noch als B-Modell umbauen zu einem kleinen Bagger, der dann auf Reifen fährt. Na, egal. Und hier so einen Greifarm hat. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein schönes Mitbringsel, um vor allem jüngere Kinder an die Welt der Technik zu gewöhnen. Das Ganze wird hier noch komplettiert von dieser Pistenraupe. Wie ich finde, schon fast das schönere Set von den beiden. Vor allem, weil es diese klassische Technik-Fakbibon hat. Dieses rot-schwarze mit dem angedeuteten blauen Sitz. Auch hier mal voll wird hier der angedeutete blaue Sitz. Dass sie diese Scheibe nicht mehr in Transclean bekommen, sondern nur noch in Milchig. Keine Ahnung, woran es liegt, aber es ist halt einfach nicht unbedingt sehr vertrauenserweckend in die Qualität. Davon gibt es auch ein B-Modell. Das ist eine Pistenraupe. Auch sehr cool, tatsächlich. Also, beziehungsweise ein Skido. Auch sehr cool, wie ich finde. Prinzipiell machen wir mit diesem Modell nichts falsch. Das ist die 42148 mit 178 Teilen. Kostet auch ein Zehner. Kommen wir jetzt zum doppelten Preis. Da sind wir bei dieser Monster Jam-Serie. Die scheint anscheinend wirklich richtig gut zu laufen, weil Lego haut die immer wieder raus. Und da sehen wir auch, preisleistungsmäßig wird es schwierig dann. 217 Teile für 20 Euro. So, überlege ich gerade, hat man knapp 200 Teile für 10 Euro, aber so ist es halt in der Lego-Welt. Preise ergeben manchmal keinen Sinn. Natürlich mit Lizenz. Also, es ist wirklich ein Lizenzmodell von Monster Jam. Keine Ahnung, warum man das braucht. Es ist auch ein 2-in-1-Modell. Also, man kann das hier noch umbauen zu so einem Dragster. Finde ich tatsächlich gesehen auch ziemlich cool. Ich finde die Farbkriegung cool. Ist ein Pullback-Modell, das heißt mit Aufziehmotor. Wahrscheinlich deswegen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, weil so ein Pullback-Motor ist ja... Ich glaube, wenn man den bei Gobrix aktuell als Einzelteil bestellt, kostet der 70 Cent. Bei Brickling geht er wahrscheinlich für einen Euro los. Also, teuer, 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 sag ich euch. Ja, hier sind noch technische Daten zum Original-Vorbild. Das Ganze haben wir dann hier auch noch mal als Mad-Dal-Martiner. Ja, okay. 244 Steine stark, die 42-150. Kann man hier auch noch mal umbauen. Hat auch einen Pullback-Motor. Hier sehen wir noch mal A und B-Modell. Kann man machen, ne? Also, ist natürlich für kleinere Kinder interessant. Dann kommen wir zum ersten Modell, wo es ein bisschen höherpreisiger wird. Das ist der Bugatti-Bolide. Warum er der Bolide heißt und nicht so, wie das Modell eigentlich heißt. Schwarz-Gelb ist jetzt nicht so meine Lieblingsform. Dann gibt es natürlich jede Menge Aufkleber. Prinzipiell erlaubt mich das Ding nicht so vom Hocker. Also klar, man kann hier die Flügeltüren aufmachen. Schön. Es hat wahrscheinlich hier oben, der Knopf hier oben, ist eine Hand-of-Gott-Steuerung. Gibt so ein Interieur. Ein paar Aufklebern. Vielleicht ist das ein Print. Ich würde mich aber nicht drauf versteifen. So sieht er von der Seite aus. Ja. Die 42151 kostet 50 Euro tatsächlich. Ja. Für den kleinen Schnuckiputz. Also kriegst du bei Sembo für 50 Euro, kriegst du sowas motorisiert, ne? 31 cm lang. Naja. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Dann kommen wir zu Mold King. Ja. Mold King hat dieses mal ein wahnsinnig großes Aufgebot. Nämlich genau dieses eine Modell. Das ist die 17-029. Das ist ein Container. Sie nennen es Truck. Aber im Endeffekt ist es ein Container-Stapler. Der arbeitet ja an einem Fracht-Container-Terminal in einem großen Hafen. Zum Beispiel Rotterdam, Hamburg. Sonst wo arbeitet. Also im Betrieb ist. In diesem Fall ist es die weiße Version. Das gibt es ja auch noch in Rot. So viel kann ich schon mal verraten. Hat 4878 Teile. Ist eine, soweit ich das überblicken konnte, Mold King-Eigenentwicklung. Das bedeutet, abwarten und es dann zuschlagen. Ja. Mold King-Eigenentwicklung haben nämlich die Angewohnheit, dass sie die Funktionalität, in die sie anpreisen, nicht erfüllen können. Hier sehen wir das ganze Modell nochmal von hinten. Auch hier muss ich ganz klar sagen, ich entschuldige mich jetzt schon für die Bildqualität, aber ich habe nichts Besseres gefunden dazu. Das alles, was ihr so seht an Warnhinweisen und so weiter, Warentafeln und so, ist natürlich alles dicker bei Mold King. Mold King druckt selber nicht. Einzige Ausnahme ist das Stil vom Botanischen Garten, wenn ich das richtig weiß. Hier sieht es so aus, als ob ein Getriebe verbaut wäre. Dann kann man die Fahrerkabine noch anheben. Und dann hat das Ganze natürlich ein Teleskop-Lift, der hoch und runter fahren kann. Und dann kann natürlich auch der Container hoch und runter fahren. Und dann kann man auch seitwärts bewegen. Das ganze gute Stück ist 55,5 cm lang, 37,5 cm breit und 33 cm hoch. Natürlich kann es noch höher fahren. Es ist motorisiert mit einer 6-Kanal-Akkubox, 3L-Motoren, 2XL-Motoren. Dann gibt es diese professionelle Fernbedienung. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Plumatik. Weil, wenn Mold King etwas gelernt hat, dann, dass sie die Meister da drin sind, elektronische Motoren mit Plumatik zu kombinieren und daraus ein wundervolles Modell machen. Ha! Auf gar keinen Fall. Die rote Version läuft übrigens unter der Set Nummer 1703. Boah, okay. Bin mal gespannt. Ich überlege gerade, ob mich das Modell großartig reizt. Naja, mal gucken. Diesen schablonenhaftig oder skizzenhaftig mitgelieferten Container wäre ja auch eher lustig. Weiter geht's mit Sembo. Ja, Sembo hat diesen Monat, so viel vorweg schon mal, auch nicht so richtig geliefert. Ja, also, dieses rote Motorrad, was so ein bisschen futuristischen Einschlag hat, was wahrscheinlich irgendwie eine Herrlei sein soll. Na, Ali. Haube mich jetzt auch nicht so 100% vom Hocker. Ja, natürlich kann man das machen, was man machen kann, ne. Also, man kann halt eben lenken. Dann gibt's hier umfangreiche Head-Details. Hoi, ja, 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 ja. Ah, okay, man kann die Satteltasche öffnen. Also, man kann hier diese Seitentaschen öffnen. Oh, man kann ja... Ohohoho, oh, man kann die Fußraste runterlassen. Dann gibt's ein Beautiful Dashboard mit Aufklebern. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren. Und dann gibt's Exquisite Kraschen. Ja. Aus Plastik. Super. 803 Teile. Ich find's rein von der Idee her ganz süß, ne. Und der Karton von Sembo, der wird einem wieder ein 200-Euro-Set vorgaukeln. So ist das ja immer bei Sembo, ne. Äh, 31,2 Zentimeter lang ist das gute Stück. 13,4 Zentimeter breit und 140 Millimeter, also 14 Zentimeter hoch. Das ist die Set-Nummer 77, 18, 11. Ja, bei Sembo sind wir sechsstellig. Klar, warum auch nicht. Ähm, weiter geht's mit diesem Ferrari Daytona im Maßstab 1 zu 14. Im Detailgrad, man kann's so gerade noch erkennen, würde ich sagen. Kann nachträglich motorisiert werden. Ähm, man kann... Ah, guck mal, aber der hat Federung, oder? Hat der Federung? Ach, weiß man auch nicht. Man kann die, ähm, Fronthaube öffnen. Man kann die Heckhaube öffnen. Ähm, dann hat's natürlich Refined Front Styling. Man kann das Dach ablösen. Dann hat man ein Cabrio. Das von hinten, das Design soll natürlich an den Daytona erinnern. Kann man überstreiten. Und die Tür kann man öffnen. So schräg nach oben. Ähm, das Ganze hat die Set-Nummer 70, 10, 74. Hat 1483 Teile. Auch hier ist der Karton wieder im Maßstab extrem groß ausgeführt. Es gibt Gersteller, die packen so einen Karton-Sets mit 4.000, 5.000 Teilen. Äh, 36,1 Zentimeter lang. Ähm, ich stell die immer vor, weil ich das immer... Also ich find die Modellgröße an und für sich ganz cool. Und wenn man die dann halt fernsteuert und, keine Ahnung, man hat irgendwie einen 10-jährigen Jungen zu Hause oder ein 10-jähriges Mädchen, ist gerne mit Autos durch die Gegenpässe, dann hat man da auf jeden Fall ein gutes Set. So. Das Ganze haben wir jetzt hier nochmal in der Version Lambo. Auch Maßstab 1.14, auch nachdrücklich motorisierbar. Die ist ungefähr dieselbe Funktionalität. Außer, ähm, dass hier, äh, das innere Lenkrad mit den lenkenden Rädern verbunden ist. Teilenmäßig sind wir hier bei 1.275 Teilen. Die Setnummer ist die 70, 10, 32. Ähnliche Maße dann natürlich auch, ne? Und auch wieder ein Karton, wo man eigentlich das Set dreimal reinpacken könnte. Aber ich wiederhole mich. Jetzt kommen wir zum Maßstab 1.10, denn das kann Sembo tatsächlich auch hier mit so angewinkelten, äh, Reifen. Das könnte, boah, ich frage mich nicht, ne? Das könnte eigentlich so ziemlich alles sein. Hier würde ich sagen Dodge. Keine Ahnung, ne? Ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt sich gut bewegen lässt. Kann auch hier nachträglich motorisiert werden, ne? Hier mit zwei L-Motoren sogar. Und ein Medium-Motor. Das stimmt aber nicht. Die bilden immer ein Servo ab und sagen, was für ein Medium-Motor. Boah, das ist irgendwie komisch. Das ist hier auch so, der Fall, ne? Hier ist auch ein Servo abgebildet, aber sie schreiben Medium-Motor dahin. Hä? Man kann natürlich, äh, Heck- und Frontklappe öffnen. Aha. Aha. Aha, okay. Hier kann man quasi das Fahrzeug tiefer legen und die Reifen anschrägen, indem man hinten an so einem Knopf dreht. Lustig. Und auch hier sind wieder die Lenken, die Lenk, äh, die vorderen Räder mit der, äh, Lenkrad verbunden. Das Set hat 2671 Teile. Ist in einem kleineren Karton, also das 1215 Teile. Das Set vorher, also der Lambo vorher, macht überhaupt keinen Sinn, aber hey. Halb Meter lang. 22,3 cm breit und 12,6 cm hoch. Also schon amtlich. Weiter geht's hier. Das könnte ein Fahrer... Ne? Was könnte das sein? Ford F40? Könnte ein Ford F40 sein. Äh, hier auch mit, äh, die schönen Gullwing-Doors. Auch Maßstab 1,10. Aha. Hier angetrieben von zwei extrem starken L-Motoren. In so einem schönen türkisblau. Egal, mit so einem schönen blauen vorderen Gehäuse. Ja, die Gullwing-Doors kann man öffnen. Man kann natürlich Heck- und Frontklappe öffnen. Es gibt really fine Front-Styling. 1.875 Teile. Noch kleinerer Karton. Auch knapp einen halben Meter lang. Naja, gut. Und dann sind wir hier in der Kategorie Hauptsache das Pferd, sag ich mal. Also vom Styling her müssen wir jetzt nicht mehr großartig drum herumreden. Das könnte, keine Ahnung, irgendein Muscle-Car sein. Dann gibt's hier dieses integrierte Motoren-Modul damit zu. Ähm, kann man das Ganze irgendwie programmieren? Ähm, Exquisite Wheelhub. Ja, okay. Simulated Automobile Tail. Ja, okay. Müssen wir nicht so großartig drüber reden. Das ist die 70, 1896, 581 Teile stark. Und, ähm, One-Key-U-Turn. Das verstehe ich nicht. Aber gut, hey, muss ich auch nicht tatsächlich. Das Ganze gibt's dann hier noch in einer anderen Variante. Kann auch One-Key-U-Turn. Hat 618 Teile. Ist die 70, 1895. Kommt auch in dem Riesenkarton. Riesenkarton. Dann haben wir das Ganze hier nochmal in der, keine Ahnung, Königseck und McLaren. Oh, ey, frag mich nicht. Aston Martin irgendwas Version. Auch hier One-Key-U-Turn-Left. Man kann das irgendwie hier auch programmieren. Äh, 554 Teile auch wieder in einem riesigen Karton. Crazy. Und dann, äh, gibt's das Ganze. Machstab 1 zu 18 ohne irgendwelche besonderen Funktionen. Ja, okay, ne? Also, Semmo hat halt ein paar Autos reingehauen, rausgehauen. Kommen wir zu, ähm, Segao ist das. Segao hat, ähm, das Rad für sich entdeckt. Also, es gibt ja von Winner auch diese Mountainbikes. Haben wir jetzt hier von Segao, ne, mit so einer Kette. Dann ist es hier auf so einem Fahrradständer, auf so einem Montageständer. Dann haben wir eine Federgabel. Hier haben wir noch einen Heckdämpfer. Das ist die XL 010-040. 324 Teile stark. Äh, hier gibt's das Ganze nochmal ein bisschen größer. Eine Luftpumpe ist auch noch mit dabei. Finde ich ganz süß. Und das gibt's jetzt halt nochmal in dieser Version. In der XL 010-39. 010-39 mit 301-Teilen. In so einem etwas militärischeren Look. Und dann gibt's das Ganze, aber ohne Ständer und so. Hier auch mit dieser Kette, das finde ich ganz cool gemacht. Die Kette kennen wir vom Ego-Shopper, ne? Und dann gibt's das Ganze hier noch mit einem anderen Bike. Immer auch mit so einem Heckdämpfer. Fehergabel. Hier sind so angedeutet die Hydraulikleitungen von den Scheibenbremsen. 242 Teile stark. Das ist die 1294. Dann gibt's hier die 1293. Äh, 243 Teile stark. Dann gibt's hier die 1292. 244 Teile stark. Das ist mehr so ein BMX tatsächlich. Und dann gibt's das Ganze hier nochmal in einer Farbe. Die 1291. 253 Teile stark. Und dann sind wir schon bei Morg angekommen. Morg hat hier nochmal so einen futuristischen kleinen, ich würde mal sagen, Apollo Gumpert im Angebot. in diesem wunderschönen, lala, mit diesen wunderschön schräg gestellten, ähm, Reifen, die man aber auch gerade stellen kann, wenn ich das Foto hier richtig verstehe. Mit diesen wahnsinnig tollen Felgen. Ha, sind die mein Lieberherrgesang. Zwar sind die hässlich. Das ganze Modell kann, äh, optional angetrieben werden. Mit, ähm, zwei, äh, L-Motoren, einem Servomotor und einer 4-Kanal-Batteriebox. Das Ganze gibt's dann auch noch in Tiffany Blue. Das ist dann die 022-014-2. Oder Dark Orchid Purple. Das ist die 022-014-1. Ja, hier ist die Vorlage, oder, ja, das reale Vorbild. Das ist, glaub ich, ein Lambo. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Das hat auf jeden Fall Real Car Appreciation. Ja, okay. So viel dazu, ne? Also, boah, haupt mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker, ne? Das ist halt ein weiteres Halbercar, Maßstab 1 zu 10. Ich glaub, wir machen mal weiter. Dann kommen wir nämlich hier vom Morg zu dem F1 MCL 33 süß-sauer. Ach, für diesen Rassismus muss ich mich selber schlagen. Maßstab 1 zu 10. Wunderschön. Richtig, richtig schön. Äh, ist, äh, Ihr seht's richtig, es ist hier kein Bildfehler oder so. Hat, äh, sechs Reifen, also drei Antriebs- oder drei Achsen. Er kann natürlich auch nachträglich motorisiert werden. Ähm, ist natürlich irgendwie, ihr sollt wahrscheinlich an McLaren erinnern, ich bin mir grad nicht so sicher. The new upgrade motor unit can be installed building block model racing car. Okay. Also, es gibt keinen Sinn, aber, ey. The newly designed F1 brings a brand new experience to players. Hier ist so ein F1-Logo und schlecht. Okay, ja. Das ist die 0-22-0-32. Hat 1117 Teile. 35, also ist nur ein Mid-Size-Modell, 35 cm lang. Ja, vom Detailgrad her, okay. Ja, bei der Aufhängung sehe ich jetzt auch nicht, dass da irgendwelche Federelemente verbaut sind. Ah, doch, hier vorne sind Federelemente verbaut. Okay. Ja, ist halt ein Formel-1-Renner, ne? Mit einer zusätzlichen Achse. Schon irgendwie abgefahren, aber jetzt auch nicht. Oh! 57,2 cm lang. Ich muss zurücknehmen. Ist doch eher ein etwas größeres Modell. Die Verpackung ist 35 cm. Wie konnte mir das denn passieren? Ist ja unerklärlich. Ja, äh, Laibao. Also anscheinend hat der Chinese das Fahrrad als Klemmbaustein-Set für sich entdeckt. Laibao hat auch was im Angebot. Hier, ähm, Rennräder. Hier in gelb, die 81, 71, 352 Teile stark. Das Ganze haben wir dann hier nochmal in blau. 294 Teile stark, die 81, 70. Dann haben wir das Ganze als BMX in der 81, 66. 326 Teile stark. Und das Ganze haben wir dann hier nochmal so als ultraleichtes City-Bike mit einer angedeuteten Federgabel. Ich finde vom Detailgrad sind die von Segao ein bisschen schöner tatsächlich. Äh, die 81, 65. Und, äh, dann kommen wir auch schon zu, äh, Mechanical Master oder Kuihui. Die haben so Max. Ja, so, die haben so um die 1200 Teile rum. Die hat 1300 irgendwas. Äh, den gibt's hier einmal in rot. Blub, blub. Dann gibt's den hier in blau. Und dann gibt's den hier nochmal in so braun. Äh, braun, dann so grau. Und dann gibt's den hier so in orange-weiß. Ja. Oh, dann kommen wir zu TGL. Ihr seht, das geht hier zack, 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 ne? Also, es ist, diese, dieser Monat ist jetzt auch nicht so prall gefühlt, ne? Zu TGL, da gibt's hier diesen Rescue, also, sie nennt es Rescue Vehicle. Das ist aber eigentlich ein Unimog in der Overlander-Edition, ja? Oder beziehungsweise in der Bergungstruck-Edition. Hier hinten ist noch eine Rettungsliege drin. Hier ist ein Haken, mit dem man Sachen bergen kann. Ein Schlauchboot. Natürlich Warenpylon, wie sollte es anders sein? Das ganze Modell ist gefedert. Das ist schon mal gut, ja? Es steht auf relativ grobstäuligen Reifen. Das ist auch schon mal gut. Es hat auch die richtige Farbe. Dieses schöne Olivgrün. Zusammen mit dem, mit dem schwarzen, äh, mit den schwarzen Beplankungen hier sozusagen. Sehr schön. Dann, ähm, kann man das Dach öffnen. Es gibt hier so kleine Türchen, die man öffnen kann. Sie sind ja selber Gadget-Dorf, finde ich ganz süß. Dann gibt's ein, ähm, Decken-Oberlicht. Dann kann man natürlich die Türen öffnen. Man kann natürlich das Ganze drehen. Natürlich läuft der Motor mit. Und natürlich gibt es hier eine Rettungswinde, mit der man Leute bergen kann. Oder eine Bergung, nennen wir es Bergungswinde. Das gute Stück ist 20,4 Zentimeter, äh, 20,4 Zentimeter breit. Äh, 46,4 Zentimeter lang und 23,4 Zentimeter hoch. Also gar nicht mal so groß. Besteht aber aus 3850 Teilen. Und, äh, kann motorisiert werden. Mit einem Servomotor, einem XL-Motor. Und man braucht zwei Motorverlängerungskabel. Ja. Also eine eher spärliche Motorisierung tatsächlich. Wird der XL-Motor dann zum Antrieb. Also ein XL-Motor zum Antrieb. Okay. Und diese Winde wird dann halt irgendwie, ist dann automatisch. Ja, ist automatisch, äh, ist manuell. Wird nicht über den Motor antriegen. Okay. Dann haben wir hier noch so kleinere Flitzer von TGL. Äh, das ist die T4028. 448 Teile stark. Könnte, keine Ahnung, soll wahrscheinlich ein Ferrari sein. Ein Gelb. Ähm, hat so ein eingebautes Power-Modul, ne? Also man kann die Türen öffnen. Okay. Man kann den Spoiler ankippen. Exquisite Kartoffel. Ja, okay. Wir haben uns. Hey, die Reifen bewegen sich. Oh, vor und zurück und links und rechts. Ja, 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 ja. Ganz aufgeregt. Und da ist dann halt hier so ein, wahrscheinlich so ein 0815-Power-Modul drin. Ähm, das Ganze haben wir hier nochmal als Lambo in so einem Giftgrün. Äh, die T4027, 442 Teile. Ähm, auch, äh, natürlich irgendwie motorisiert mit so einer kleinen Fernsteuerung. Ähm, ja, okay, kann man machen, ne? Äh, TGS steht immer für Tai-Yu-Li. So. Also, kommen wir hier zur, äh, T4024. Das ist ein 4x4 Offroader. Mit 1709 Teilen, auch nicht gerade klein. Äh, hat hier, äh, so ein bisschen die, äh, neuen Federelemente vom, äh, Ferrari Daytona kennen wir sie von Lego. Äh, hier hinten gibt es auch nochmal irgendwie so Federelemente, die relativ stark rausstechen. Äh, wird angetrieben, so wie ich das sehe, von zwei XL-Motoren. Und hat auch eine stattliche Größe, eine 50x5cm, 41 hoch. Boah, ich liebe ja Buggys, ne? Okay, hat einen Vierradantrieb. Long Strosby, ja, Frontsby, okay. Steht hier was zur Motorisierung? Ja, zwei L-Motoren doch. Okay, verstehe. So habe ich das auf dem Bild falsch gesehen. Genau, und jetzt kommen wir zu Reobrix. Reobrix hat auch nochmal echt wieder eine Menge im Angebot. Äh, hier haben wir einen, ähm, Teleskop-Gabelstapler. Äh, das ist die 22020. Hat 2260 Teile. Ist in dieser schönen rot-schwarzen Farbgebung gehalten. Natürlich kann man den Arm hoch und runter fahren und ausfahren. Teleskopieren, wie der Fachmann sagen würde. Äh, es gibt ja von Eric Drex von Kada. Gibt es ja, ähm, den, an den Klaas Scorpio erinnernden Teleskop-Lader. Ähm, bin mal gespannt, ob der hier, ja, easier ist zu bauen, beziehungsweise die Kabelverlegung einfacher ist. Ich sehe schon, der ist auf jeden Fall nicht beleuchtet. Dabei ist ein XL-Motor, ein M-Motor und zwei L-Motoren, also auch ordentlich viele Motoren. Der hat hier so Stützen, mit denen man ihn abstützen kann. Ja, und dann kann er natürlich, hat er Lenkung. Ist ja klar. Die Akkubox ist ganz cool versteckt, finde ich. Ah, Reobrix macht sich tatsächlich. Und hier geht's weiter. Hier haben wir noch so einen Müllwagen, ganz klassisch, ja. Der sogar hinten, äh, zwar manuell, aber er kann's, man kann den Müllcontainer auslärmen. Und, ähm, dann geht auch sogar hier hinten die Klappe auf. Das ist ja ganz süß gemacht, tatsächlich. Ja, Farbgebung finde ich jetzt nicht so geschickt, aber hey, passt schon. Okay, krass. Man kann die Kabine wegklappen, kann natürlich lenken, man kann natürlich den Container entleeren. Oh, und man kann sogar den Müll rausdrücken. Oh, wow, not bad. Und die Türen kann man auch öffnen. Hat 1468 Teile. Ist knappe 40 cm lang. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste der interessanten Sets. Dann haben wir hier noch einen riesengroßen LKW mit Schütte und einem zusätzlichen Anhänger drauf. Oder sehe ich das falsch? Nee, also erstmal ist es hier ein Kipplaster natürlich. Äh, und dann ist da noch ein zusätzlicher Anhänger mit bei, auf dem man auch noch was rauffahren kann. Das ist ja crazy. Und natürlich kann man die Schütte absenken. Okay, man kann die Seitenteile noch abmachen. Das Ding hat ja super viele Funktionen. 2950 Teile. Womit ist das motorisiert? Steht da gar nicht, ne? Da hab ich echt mal gespannt. Doch, da. Ein M-Motor, zwei L-Motoren und sehr wohl. Und dann haben wir hier sogar noch eine Schneeraupe. Finde ich super geil. 1100 Teile nur. Ist die 22019. Aber hallo, hier sogar mit so einem kleinen Haken. Dann, das sieht ja auch fancy aus. Gut gemacht, tatsächlich. Wenn die Funktionalität da sind. Ja, okay, fiel natürlich dann, ja, einige Sachen. Okay, ja, gut. Aber es passt. Und dann, äh, kleines kleinen Rauskicker. Von K-Box. Nochmal ein hässliches Supercar. Die, äh, 10511, 3251 Teile. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ach ja, ich glaub, das soll ein Lambo sein. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Der Lambo-SUV halt. Uiuiui. Hier so mit Spezialfelgen wieder. Und so Schnick, Schnack, Schnuck und so. Türen kann man öffnen. Ja, so wie immer. Ne? Motor läuft mit. Ja. Also standardmäßig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich seid ihr dabei. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Baut was Schönes. Bleibt gesund. Euer Captain Maubeer.